Leder. Irgendwas kleines Kind. Hallo. Leder. Komm mal bitte hier etwas näherndes Licht. Danke. Komm mal Metall. Mach mal. Wenn wir dich auf Nacken schaden, hier haben wir dann zwei. Ich glaube hier 100 Steine neben dabei ist. Oh, hier haben wir auch eine. Das brauchen wir nicht. Das ist noch irgendwas wichtiges drin. Weißt du was, ich nehme jetzt alles mit. Gestern habe ich was getamed und ich habe direkt einen Sattel drauf gehabt. Okay. Hallo. Oh, bei mir hängt es. Nein, bitte nicht. Sag nicht, du hast... Doch. Video Driver crash ist ein Wort gesetzt. Okay. Ja, toll. Ich bin raus. Kommst du noch mal rein? Ich weiß nicht. Ich denke, dass ich jetzt noch mal in diese Session reinkomme. Bin zwar auf dem Weg, aber mal schauen. So, das schmeißen wir mal noch schnell alles rein. Habe ich jetzt hier noch eine Schränke, aber... Habe ich die jetzt hier drin? Ja, natürlich. Sonst. Was lasse ich jetzt drin? Kann ich schnell das hier reinschmeißen. Ach man, diese verdammte Scheiße, ey. Ich muss doch ausschneiden, Martin. Ja, aber ich muss einiges schneiden. Ja, mach mal. Kriegst du keine Langeweile. Rejoin? Offiziell. Offizielle Spiel verlassen. Ah, rejoin heißt doch... Erneut. Genau, ich komme rein, Alter. Ja, dann brauche ich nicht schneiden. Tatsache, es geht weiter. Scheidengleister, das ist wieder zu schwer. Ja, dann brauche ich mal weiter ab hier. Mach ich einfach weiter an der Stelle. Ich nehme die ganzen Waffen jetzt. Oh, eine besondere Versorgungskiste wurde abgeworfen, okay? Wer ist stark? Oh, nein. Ja. Okay, wieso sagst du nichts, Alter? Jetzt die Leute. Oh, ich habe keine Pfeile mehr, ey. Fuck. Äh, yo. Ich will eigentlich betäuben. Boah, das... Betäubungspfeile, oder was? Ja, ich habe keine mehr. Ich habe... Dann schießen wir auf seinen Arsch, während ich ihm in den Kreiskeile. Warte, ich renne ein bisschen näher. Ja, wo ist er? Das ist gut, dass er hier dann Dünger herstellt. Das freut mich. Ja, wo sind das hin? Der liegt. Aha, ich habe ihn einmal getroffen und der liegt, Alter. Wo liegt das? Ich habe gerne noch ein paar Schränke aufstellen. Das Schlucket ist. Weil Lagerkapazitäten und so. Weil, wie gesagt, wir machen sowieso die ganze Besten für Stück größer. Ich muss sich überlegen, wo wir ihn hinstellen. Ich stelle hier das Ganze einfach erstmal so. Und da kommt nämlich jetzt... Das Reifenkrieg. Ich brauche nachher auf jeden Fall noch einiges an Metall, damit wir ein paar Wasserleitungen herstellen können. So, schön. Ich nenne die aber gleich was Metall. Wie viel Resistenz hast du? Noch gar nichts. Oh, oh mein Gott. Okay. Ich habe viel Glück auf jeden Fall. Pass mal auf. Turn off. Hier unten ist eine Metallquelle. Eine Metallquelle. Eine Wasserquelle, ja? Ich brauche Leder auf den Weg. Und von der aus möchte ich gerne hier hoch. Geh mal kurz in die Wahl. Wenn wir hier oben Wasser bekommen. Leder? Ne. Oh, jetzt sind wir auch so ein Teil gefordert worden. Ähm, wie ist es groß? Keine Ahnung. Na gut, ein Bronto lieber nicht wahr? Ich werde es mitnehmen. Kannst gleich einschmelzen. Okay. Ich muss unbedingt immer... Ach, 42 Mal. Okay, das ist gut. Energy drückt. Er ist gerade 42, ich pfeile her. Oh nein. Scheiße. Was denn? Ist gut gegangen. Während ich den angegriffen habe, der ist fast tot. Der ist tot, oder? Ne, guck mal, hier oben. Kannst du einmal rausziehen. Ja, klar. Okay, reicht. Jupp. Ich brauche diese Rampe. Aber ich treffe dich. Bitte. Hallo. Hallo. Gut. Hallo. Nicht auch drauf, Alter. Den einen habe ich mit Einschuss betäubt. Den habe ich mit Einschuss gekillt hier, Alter. So, ich steh mal ganz schnell die Rampe her. Das hätte ich echt mal aufnehmen müssen. Ich würde auch gerne mal die da reinschmeißen. Kann ich die jetzt reparieren? Guck lieber, dass du online bleibst. Ey. Oh, 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 oh. Nein. Oh nein, Alter. Das ist ein anderer Mann. Ach, das warst du gar nicht. Ich dachte, das wäre gut. Ich würde sagen, du hast mit dem Scheiß, Alter. Dann hat mich einer gekillt, Mann. Ey, Scheiße. Bei euch läuft es, oder? Aber hallo. Ja, das kommt auch von, weil der Hampelmann jedes Mal wirklich Scherz macht. Ja, aber doch nicht bei dem Modus. Bei dir ist man nie sicher. Ja, das wies ich doch nicht, Alter. Ich dachte gerade, du machst einen Witz. Ich meinte so geil, lass den Scheiß. Und dabei war das ein Spieler, der mich gekillt hat. Ich bin einfach an ihn vorbeigerannt. Ich dachte, ist nix. Ich dachte, das ist er hier. Hat er hier, hat er das? Äh, nein, aber da kam ein, ähm, wie heißt er, Tief? Trike runtergerannt. Und zu dem wollte ich ja. Der Typ ist an mir vorbeigelaufen, hat mich geschlagen. Ich dachte, das bist du. Bin einfach weiter und stehen geblieben wollte. Tja. Im Trike killen. Wir brauchen trotzdem noch Metall. Und dann hat er mich von hinten gekillt. Viel Metall. Am besten wäre er eigentlich ein Kilo zäh. Aber jetzt halt doch mal den Mund. Was ist denn hier so high-levelig? Eigentlich wäre das die Chance, den von hinten anzugreifen. Ach, der Rugbrake bestimmt ja noch in der Necke. In der Nähe. So, dann werden wir mal. Ja, nur Peter. Vielleicht nur. Weiter abbauen. Das Lagerfeuer muss ich auch noch aufstellen. Oh, das ist wirklich noch viel. Erlass mich nicht so wie du vorhin. So tun. Verloren im Wald. Genau hier bin ich gestorben. Hier kommen keine Spieler her. Ja, ja. Nicht mehr. Ich dachte, das bist du, Alter. Genau. Okay, hier haben wir dann auch noch ein Metall. Das ist ein Mammut. Oh, der hat ein Kanu. Er hat sich gesehen. Es sind zwei Personen. Eine auf Kanu. Renne. Renne. Es ist doch. Kommt der hin nachher? Ich kann nicht gucken. Nein. Ich sehe nur das, was du siehst. Das was? Links von dir lag und was da drauf. Hört mal. Ah, das ist doch. Ja, du hast los. Hallo. Und Angst. Okay. Oh, blau. Hallo. Ich muss mich gerade kratzen. Deswegen bin ich geduckt. Dein Crack, das ist ein Blöckchen, wo du gekippt von deinem Kanu oder der Sechthin. Das war der. Ja, da ist dich in der Herd. Hat er mich gesehen? Nee. Der Crack war... Ach so, das war unser Crack, der auf uns zugerannt ist, glaube ich. Nein, leider. Läuft. Ey, ich bin ja richtig behindert, ich staune einfach nur, oder? Und ich habe hohe Erwartungen, die Kartoffeln da haben. Hier habe ich immer noch nicht bei dir. Ich müsste jetzt anfangen, aufzuzeichnen. Gott, das wird noch lustig. Wo ist ein Alex, Mann? Keine Ahnung. Mit dem ist es immer am lustigsten, irgendwie, Alter. Wenn das der Fische fangt. Fliegende Fische. Ach weh, Alter, der hat ja fliegende Fische. Da sind sie. War es die fliegende Fische? Sind sie bei dir auch, oder was? Ja. Ähm, Ark Alex. Wo kann ich stehen? Da. Ah! Mein Spielton war gerade bei Game Capture im roten Bereich. Nein, der war fast tot. Ja, das denkst du. Alter, der hat geblutet wie Sau, Mann. Fast ist nicht ganz, das weißt du, ja? Das, nee, der hat selber geblutet. Der hat nicht geblutet, aber alles, Mann. Nee, der Arkano hat geblutet. Ja? Retriebe Wars Elimination. Da war keiner drauf. Na ja, ich hab kein Bock mehr, Alter. Jetzt wär ich beinahe runtergefallen. So, ich bin jetzt immer noch nicht weiter mit dem Video, ja? Ich schicke euch jetzt ein Bild, wie's bei mir aussieht. Und du sagst dann, wo ich da rechtsklick machen soll, Leute. Achso, meinst du? Hast du's jetzt gesehen, ja? Ich denke nicht. Ah, da steht Video exportieren. Muss ich da draufklicken? Ja, musst du. So, dann sag das doch einfach. Na sag, ist das jetzt da in Ernst? Datei, ja, was muss ich jetzt drücken? In Datei auf dem Computer exportieren, Datenteile herladen. Sieht ja richtig einfach aus, ne? Sehr übersichtlich. In HD, 27. Aber schade, dass das 720p ist, halt ne? Was kostet der dann, wenn man den kaufen will? Also, wenn du jetzt unbegrenzt haben möchtest, kostet der etwas über 300 rein. Was war uns, 323 oder sowas war? Benni? Ah, was ist das? Ich hab noch nicht geguckt. Na, ich hab's doch gesagt. Was ein Jahr kostet, was ein... Also, ein Monat kostet 19,99. Ein Jahr waren, glaube ich, 100 und... Und unbegrenzt halt, ähm... Etwas über 300. Oh, guck. Oh mein Gott, 0,5%. Level up. Okay, du hast bloß noch das Zeug drin, du hast noch das Zeug drin, du aus. Hast du das jetzt das Video auf meine Festplatte oder wie ist das? Ja, mach das jetzt auf deine Festplatte drauf. Ne, ist nur halb. Wie war's denn? Da gibt's noch Ladegeräte. Ja, um die Falle acceptiert nicht. Ich kann nochmal jetzt alles... Genau. Da ist das Feuer. Wollen wir noch aufnehmen, ne Stunde, oder nicht? Ich bin überladen. Ähm, können wir machen. Boah, ist nur warm, Alter. Aber wenn nicht, ist nur überladen. Ihr gesundheit. Ihr gesundheit. Sorry. Ich wollte mich noch mute, hab's aber in den Weggepackt. Hm. Jo, dann loge ich ein. Also das Video, was wir gestern gemacht haben, sieht schon gut aus auf jeden Fall. Ne, das Survival of the Field, das würde ich viel öfter spielen, wenn die Wartezeit nicht so extrem wäre. Ich hab da drin echt kein Platz für diese Plug-up-Border. Ja, logisch. Echt, macht echt Spaß. Besser als hier League of Legends und so ne Scheiße, oder? Ne, also League of Legends ist schon geil. Ich finde, das ist voll der Müll, Alter. Ich kenn's nicht, ich kann's nicht groß sein. Ich kenn's auch nicht, ich vermute, dass es Müll ist. Am Anfang habe ich mich auch schwer trage gewöhnt, aber irgendwann ist dann die Suche gekommen. Also, das ist echt gut. Hm, okay. Ja, Moment. Ja. Wenn er das sagt, dann dauert's immer meistens das Stutt. Ja, ja. Okay, Feuerhammer. Oh, hier fehlen einfach Rexe auf der Map, man. So ein bisschen, ja. Deswegen, ich hab mich schon vorhin gefragt, ob man nicht die Dominus Rex Mod drauf machen hat. Damit ein paar in Dominus Rexe. Ja, dann haben wir wieder einen Mod drauf, das ist der Kacke. Ja, Motz ist schon Kacke, aber es tut auch ein bisschen erleichtert. Erleichtert, sag ich, ähm. Ja, dass er ein bisschen spaßiger wird. Wenn man sagt nur, wie Dominus Rexe ist, dass so ein paar Rexe rumlerfen, dann geht's ja. Ich glaub, das nächste, was jetzt sein wird, was ich jetzt heme, ist definitiv in der Kühle. Ich brauch übel viel Metall zur Zeit. Oah. Ach so, ich muss noch auspacken. Oah. Xavius ist arg beigetreten. Hello, Xavius. Lange nichts mehr gehört voneinander, wa? Ja, ja. Okay. Ich bin der Vater. Ähm. Das wüsste ich, glaub ich. Kennst du kein Star Wars? Hm? Kennst du kein Star Wars? Klar kenn ich den. Der kennt es nicht. Was ist denn das? Die machen wir nicht ein. Ah, jetzt geht's. Loading. Dann brech ich es wieder ab. Bei dem Exportieren, ähm, ich kann's doch. Was? Man geht's hier, wo man kommt wird. Beim Spielen. Nein, das ist ja anders. Sag mal, mit, ähm, Mermetall, mit der Spitzhacke oder mit der Axt? Spitzhacke, wa? Spitzhacke, ja. Okay. Hey. Ja? Ich bin nicht mehr in der Hütte. Das ist normal, du hast nur eine ganz kleine Hütte gehabt. Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Ich wollte die ganzen Sachen auspacken. Mensch, das ist genau. Ich bin jetzt hier permanent überladen. Weil? Das ist eine Ratte. Weißt du das vielleicht, warum der mir das anzeigt? Nein. Ein Bug da fest. So, ich werd definitiv auch gleich mal einen ganz kurzen Cut machen. Ich muss dringendig. Pipi. Der Innenwind her ist zu schwer, um zu springen. Ehrlich. Oh, ich hab vergessen anzumachen. Resistieren. Und wo wird dort? Oh. So, meine Freunde. Ich werd mal einen ganz kurzen Cut machen. Es wird auch gleich weitergehen. Also für euch, falls es... Jo. Jo. Ähm, ich blege gerade... Ja. Ich denke mal... In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Also sprich, morgen. Ich würde dann erstmal sagen, bis dahin reingehauen. Macht noch was aus dem Abend. Und... Jo. Lasst ein Like, eventuell auch ein Abo da. Ansonsten könnt ihr auch gerne kommentieren, was wir noch machen könnten. Auf jeden Fall sag ich schon erstmal. Ciao, ciao. Eta? Ja. Bist du soweit? Ähm, ich muss mal kurz meine Webcam produzieren. Boah, nee, da geht's doch wieder kaputt. Wie auch.